was geht ab leute hier auf dem progo kanal überraschenderweise ich hatte mit morgen gerechnet dass wir uns da sehen weil da ist community day aber heute ist irgend so ein quest day der hat auch schon angefangen ich komme gerade aus dem gym ich muss auch noch erst was essen und dann können wir loslegen ich dachte es wäre ein nasknet quest day und dann krieg ich die ganze zeit nur so auf den weg her irgendwelche raupie ich denke so her ist irgendwas kaputt ist heute doch nicht quest day aber näher es ist golden quest day wo die shinies golden sind also es gibt zu bier ist ropey nasknet den ich noch nicht habe aber die anderen schon und kapador und noch ein glaube ich die sind halt in schein die gold gold dann gibt es noch dieses neue gold mit diesem neuen pokémon keine ahnung wie das funktioniert vielleicht von meinen vielleicht auch nicht schauen wir mal irgendwie sieht sich gut aus dass ich bin die wieder hier möchte frei profil lust ist aber irgendwie ist jede quest irgendwas zu scannen da kommt nichts ich hatte ich habe ich jetzt das hier gemacht und ich habe mich für nassen net entschieden weil das ist der einzige schöne den ich nicht habe ja bisher kann man aber nix und aus der normalen weltverschung dass zu viel varianz also da sind zu viele sachen nichts was mich interessiert also wie gesagt nur nassen aber da kommen zu viele verschiedene sachen aber jetzt auch vor viele sachen die ich machen wollte wie reden und agen angreifen und irgendwie drei herzen mit dem body machen also bisher gar nicht gar ein goldner stopp also seit ich rasse fahrt ausgewählt habe kam glaube ich nur nassen und ein zu bürger ist weiß aber nicht ob ich die quest schon davor hatte und sozusagen das so ein altes bürger und jetzt nachdem ich nassen ausgewählt habe nur noch was das als belohnung kommt aber ja das kann mir zu fast nur nassen und ein scheinen fertig gemein irgendwie führe ich dieses event so gar nicht den quest heute echt die richtig schlechte quest die belohnung auch sehr uninteressant und es spawnt irgendwie nix ich habe jetzt fange fünf pokémon zweimal und dann drei gute würfe hintereinander und ich glaube seit vier fünf videos nichts mehr gespawnt also es läuft so gar nicht man diese quest auf der linken seite fertig gemacht und noch ein scheinen willkommen das heißt ich habe zwei reicht mir ich gehe nach hause ich fühle das event leider so gar nicht wir sehen uns morgen beim cdeck oder leute ich bin so an der u-bahn und da und dann 14 uhr ich dachte event beginn und so ich habe kein gps und so und dann habe ich erst eine weile später gecheckt ich habe auch schon glück sei angezündet und ein geschenk habe ich aufgemacht für beste freunde sorry ich hoffe das stört dich nicht also das event mit das hier erst nächste woche man ich weiß nicht wie ich auf heute gekommen bin ich habe den ganzen tag danach ausgerichtet ich habe glück sei schon gezündet shit man richtig fail es ist 13.50 leute eine woche später wir kommen sogar auf dem pokokanal letzte woche war ja fehl ich dachte aus irgendeinem guter stelle aber heute ist der erst und scheinen die kultur actus ist am start quest der jetzt letzte woche war nicht so geil da kam jetzt gerade noch vorausschnitte durch aber da habe ich gar nicht gefühlt versuchen heute ein zwei drei aktus zu machen und ja das ist auch mal der siede ach so ich habe gerade eine kollegin zum bahnhof gebraucht ich habe gar nicht mitbekommen dass ich das bekommen habe kuske draus an die person die es mir geschenkt hat wirklich vom herzen können wir uns jetzt hallo wie mache ich das wieder weg so die hat den ersten scheinen gefangen so wir brauchen erst mal zehn pops 234 5 6 7 8 9 10 für die feldforschung noch alles entspannt also ich habe gerade gar nichts gefangen ich habe nur geschenk aufgemacht war ja glück sei es dann road to 500 millionen eine halbe jahre läuft spaß also ich habe jetzt auch aus versehen zum beispiel letzte woche und in der woche jetzt level aufstiege gemacht so ich habe achte gerade echt gar nicht mehr drauf und wenn ihr das auch macht dann wirklich natürlich auch nicht der typ hier wird mein einziger besser freund aber wir haben ein paar ultra freunde heißt so ultra freunde hyper freunds hyper freunds dritte stufe halt kuske draus ok da kommen jetzt so ein paar ich will nicht so lange hier stehen sorry an die die nicht mehr gezeigt wurden 20 juli 1909 wir sind jetzt auf der fahrmute aber ich sehe gut nichts ich werde so geblendet ich weiß noch ich muss drei mülze entwickeln entwickler ein scharfer so oh shiny ein riesiges shiny hatte ich auch noch nie back to back shiny hatte ich auch schon ewig nicht mehr oha gerade kammer rausgemacht back to back to back drei hintereinander das hatte ich noch nie perfekt in 18 minuten schlüpft da ein achthaus wobei das kann auch was ne doch doch da ist die auger ich wollte gerade sagen das könnte ja auch dieses sehntrio ding sein das große aber das so lila auger also da schlüpft ein achthaus den machen wir dann haben wir auch ein achthaus gefangen dann packen wir es auch langsam nach hause öffnet sich gleich drei zwei eins bam krypto achthaus let's go es geht los 20 direkt lobby voll wahrscheinlich wieder drei vier lobbies ich glaube ein bisschen weniger hype als beim youtube vor allem habe ich bei spieler trends video gehört dass der irgendwie die nächsten paar wochenenden auch am start ist aber dauert schon lange wir sind 20 leute man ich habe gar keine ahnung was gut ist 20 65 aber es geht erstmal in erster linie um shiny oder nicht jo es geht leute wir haben ungefähr 300 milzer gefangen das beste davon ein 98er attack 14 wartet zwar 90 prozent die habe ich auch schon entwickelt für die attacke mein bester bisher war 96er lucky von alten zeiten noch den finde ich aber auch irgendwie immer noch interessanter war halt billiger wir haben genug bonbons xl um den komplett zu maxen könnten wir übermorgen machen max on monday falls es den noch gäbe sonst habe ich glaube ich warte mal so um die 15 schillernde gefangen für ja fast die hälfte eineinhalb stunden mit ich bin ein bisschen später gekommen auf dem weg dahin vom bahnhof noch und den rate dazwischen 3 6 9 12 15 16 17 ja paar so dieser 93 zum beispiel auch für diesen shiny drei sterne pokédex habe ich auch mal entwickelt im großen grad ok und das aktos ja das aktos war schrecklich das kann in den müll ansonsten ich hoffe ich hatte der volk entweder bei aktos oder bei milzer oder bei beidem wenn es gut bei euch läuft und wir sehen uns irgendwann mal wieder ich weiß jetzt nicht was so ansteht vielleicht nächste woche einfach nochmal jagen mal ein paar aktos vielleicht dazwischen noch mal was vielleicht mal wieder eine spotlight stunde aber momentan ist echt busy bei mir und ja das gewinnspiel will ich auch noch raus und vielleicht das und ich habe immer noch vor diese dieses video zu drehen alte hotspots abchecken das war's von mir ihr wisst bescheid wenn man like, subscribe, kommentieren, checkt die views auf folgt mir gerne auf instagram folgt mir gerne auf dem vlog channel bei 1000 abonnenten gibt es das also wird das gewinnspiel aufgelöst aber offensichtlich mache ich das gewinnspiel davor noch pokémon go ist dieses business